Ich brauche auch nur mit dem Auto fahren. Ah, kacke, wie kriege ich die jetzt hier raus? Nein, das war klar. Tschüss. 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 Gott, tschüss, tschüss, tschüss. Ja, wenn die da nicht mehr raus wollen, die Steine. Das ist schlecht. Eins, zwei, eins, zwei. Das ist gut, eins, zwei. Ach ja. Oh, ist halt so. Ja. Hab ich noch die Eimer? Jawohl. Labe-Eimer, Labe-Eimer, Labe-Eimer. Ach. Ähm. Jetzt bin ich überlegen, bin ich überlegen, will ich überlegen. Ups. Dunkel draußen. Überlegung richtig. Ne. Sag nicht, das sah so aus. Ach man, ich weiß es gerade nicht. Ach ja. Mir fällt da mal gerade was ein. Aber den kann ja gar nicht dunkel werden. Ja. Lass mich dran erinnern, woran es liegt. Hm, komischerweise. Wieso? Es kann doch dunkel werden. Ja, jetzt wieder, ne? Ich hab doch wohl gar nicht dran gedacht. Ich hab schon fast gedacht. Ja. Ja, aber dir weiß man das immer. Ja, ja. Den, 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 den. Kann man das bitte hier fertig werden? Danke. Nein. Für dich doch nicht. Ach, nicht so steinfällig. Was ist los heute, Black? So ruhig. Jo. Wie kommt das? Der muss seinen Plan verfolgen. Alles fertig zu machen. Der arme. Ne, WTF-DU-Label-Tasche ist ja auch nicht dabei. Ne, aber. So auf der Karte. Also was Black und ich vorher gequatscht haben, das ist heute volles fettes Programm. Ja. Naja. Ah. Findest du? So war ich nicht. Nein. Hm, so. Jetzt brauch ich Kupfer. Du sollst doch nicht hinauf. Eisenplatten. Sand. Und ich muss bleiben. Sandfarm. Mach das. Rucksäcke, wo sind sie da? Ach ja. Ich hab affengeile Musik. Haha, Affenmusik. Ja. Wie so schlechte Wortwitze. Oh. Die können ja nur von mir kommen. Ja. Ist ja normal bei dir. Wo willst du eigentlich bauen? Meinst du, das Haus da hinten oder das fette Ding, was so... Tut mir leid. Da hinten bauen willst. Wann? Welches Haus willst du mit den Bildern denn bauen? Ich hab gerade den Boden reinziehen hier unten. Ach da in die Dinger. Was hab ich gesagt? Äh, wo war denn nochmal die Wüste? Und die Wände natürlich. Ach da hinten ist er. I see the Wüste. Ja. Gut. Hoffentlich leckt's jetzt. Ja, tu das. Nee, tu das nicht. Hoffst du mich zu verarschen. Ich späle dich gleich unten irgendwo ein. Oh. Ach so. Ist doch nicht immer so gemein. Nee, deswegen leckt's nicht. Ich hab gerade gesagt, es leckt. Weil ich hab, ähm... ...Dengebeam in der Luft. Ich hab einfach stehen geblieben. Einfach weitergeflogen. Und deswegen... Ja. Du bist so gut. Deswegen hab ich gedacht... Ja, du sollst nicht denken. Kannst du nicht. Den Grund merken wir, du sollst nicht denken. Hmhm. Oh, blick, blick, blick. Oh nee, Salt Away will ich nicht machen. Hui. Uff, das Wasser kommt hier rein. Yay. Sind das aus dem Lime-System Clay? Nein. Okay, schade. Ich bräuchte was. Ja, und? Kannst du auch nett zu mir sein heute? Nein. Das war mir klar. Bist du das zu mir? Nein. Ja, doch. Nein. Ich bin froh, dass meine Anwesenheit bei dir glänzt. Haha. Haha. Nicht gut. Doch, nicht jetzt mal. Nein, nicht gut. Okay. Guck, guck, guck. Dim, 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 dim. Ich bin schon groß und vier. Komm und spiel. Mit mir. Nein. Nicht? Mit dir will keiner spielen. Schade, doch, blick. Ja. Ja, außer blick. Yay. Jemand will mit mir spielen. Sweet. Ein Bausparvertrag. Okay. Ach ja. Stöhnst du denn so rum, Centus? Nix. Hast du kein Haierchen gemacht? Machst du gar nichts. Vor allem noch ein paar Stündchen geschlafen. Nach dem Training so schön. Kam so gut. Ist ja nicht so, dass ich arbeiten weiß, klar. Ist doch nicht mein Problem. Würdest du schneller arbeiten, ne? Dann müsstest du nicht so spät arbeiten. Hey, hey. Schieb es nicht auf die Spätschicht. Schieb es nicht auf die Spätschicht. Ah, Kohle, 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 Kohle. Was willst du nicht sagen, Black, hä? Ne, Black. Schwarzer Witz. Achso. Hä? Blacker kann nicht werden. Hahaha. Aber ich brauch Kohle. Tschüss. Ja, echt? Das wollte ich auch noch machen. Was? Das wird mit sich nichts. Hast du die Kohle rausgenommen? Mitten aus dem Loch? Ja, hab ich. Ich freu mich. Wie kann ein Viererloch entstehen? Ich hab da nie was rausgenommen. Hahaha. Nein. Ich denke, ich hab schon haarlos, aber... Ja, die hast du sowieso. Ach, ich kann doch die Treppe wieder hochgehen. Die geht ja wieder. Oh, mir fällt gerade was auf. Ich hab keine Kaktus. keine kack muss habe ich den clay unten schiert und dann hätte ich bestimmt nicht aufhaben können das ist immer so bei mir also nicht hier hier ist es hier das meint der clay ich hab doch keine alluzination gehst du nach hinten hin dass wir im 26 kohle mitbringen dann brauche ich noch eisen 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 ach haben wir hier für bars für bars ich brauche insgesamt ich brauche gar nicht so viele bars ein ding sind acht stück acht für zwei ich brauche aber auch schon ein paar öfen danke bleck du wirst fest eingestellt bei mir da ist das schon ich bin blick ich bin den namen voll crazy hat auf jeden fall was wie trick truck gab es ja nicht auf dieses darkwood? darkwood? maybe, stimmt, ja nein, 1.7 darkwood? ach meinst du dieses von normalen minecraft 1.7 timewood ist aber genauso dunkel, ne? timewood ist richtig geil woher haben wir timewood, wenn das die twilight vorderung vorderst ist? aus dem wald gibts das ja auch im normalen wald oder wie? ja, das ist also diese bunten Bäume ach so, ja ok da kennt sich jemand aus, ne centus? ja black ist auf dem kleinen suchti nein doch ich suchte nie irgendwelche spiele nein du doch nicht wieso solltest du was machen? alter, warum sind die kisten immer so zugemüllt? black kannst du mal bitte hier diese komischen obsidian corners wieder zusammen basteln warum sind die kisten so zugemüllt? du bist voll böse du warst halt böse in dem moment böser black du bist böse brauche ich noch holes? darkwood ach ne darkwood wahrscheinlich das ist wieder so ein anderes holz das ist möglich so holzfarm holzfarm das ist wirklich dunkel schwarzes holz na hast du grad schwarz gesagt? nein waste is warum warum lacht weißt du ich finde ist einfach immer awesome hast du dir vorher noch awesome reingehört? ne leider nicht ne awesome in der neuen geschmacksrichtung in der neuen iniz